Chaya packt Ungerechtigkeiten direkt an der Wurzel an und setzt sich für eine Welt ein, in der alle Menschen in Würde leben können. Wir haben Chaya zufällig gegründet, würde ich sagen. Es war im Grunde ein Fehler von mir und meiner Freundin aus Österreich, mitten im Monsoon in Nepal trecken zu gehen. Wir hatten uns im Dschungel verirrt und Kamal und seine Freunde haben uns gefunden und gerettet. Damals waren wir alle Studenten der Sozialarbeit und Umweltwissenschaften. Nachdem wir uns angefreundet hatten, beschlossen wir, dass wir etwas zum Allgemeinwohl der Menschen in abgelegenen Regionen Nepals tun werden. Chaya Nepal ist in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Umweltschutz tätig. Unser Ziel ist es, jene Menschen zu unterstützen, die in schwer erreichbaren Regionen und in besonders armen Verhältnissen leben. Nach dem Erdbeben im Jahr 2015 konnten wir in sehr kurzer Zeit mehr als 8000 Menschen unterstützen. Später kamen sie auf uns zurück und baten und zum Hilfe. Bis jetzt hat Chaya mehr als 20 Schulen und sechs Gesundheitsstationen errichtet und mehrere Projekte zur Schaffung von ökologischem und nachhaltigem Lebensunterhalt umgesetzt. All dies wurde in den entlegensten Gebieten der Welt durchgeführt. Mit Ihrer Unterstützung können wir das Leben vieler Menschen retten und ihre Lebensgrundlagen wieder aufbauen. Danke, dass Sie uns helfen, Menschen aus Notlagen zu befreien. Chaya bedeutet, packen wir es an. Und genau das tun wir auch. Und das tun wir auch. Ja, ich bin ein ein, ein zweiter Tor. Ich bin ein zweiter Tor. Und noch ein zweiter Tor auf mich. Bis jetzt ist es, Frau 2022 Tug.